Ich bin gerade mit meinem Schwiegerpapa und meinem Mann unterwegs und zwar impfen wir heute Ziegen. Andi, 100 Ziegen werden heute geimpft. Mein Schwiegerpapa war früher Tierarzt, der ist inzwischen pensioniert, aber er liebt einfach Tiere und er ist sehr verbunden mit den Leuten und deswegen fährt er von Haus zu Haus zu Leuten, die Ziegen haben und er kauft ihnen sogar die Impfstoffe. Er macht das alles auf eigene Kosten, einfach um was zurückzugeben zu seiner Community und er nimmt uns heute mit zu diesen Familien, um die Ziegen zu impfen. Und zwar, wenn hier Monsoonzeit ist, dann grassiert hier so eine ziemlich schwerwiegende Ziegenkrankheit und davor will er sie schützen und dann nehme ich dich jetzt mal mit. Das ist übrigens mein Schwiegervater. Das ist eine Kokosnussplantage, an der wir gerade hier vorbeifahren. Ich liebe ja Kokosnussbäume. Wenn ich ein Haus in Indien haben wollen würde, dann würde ich immer gerne auf dem Land wohnen und inmitten einer Kokosnussplantage. Und dazwischen sind noch einige Bananenbäume. Wir fahren hier gerade ganz langsam, weil das so eine ruckelige Straße ist. Schau mal, wie wunderschön diese zwei Kühe sind. Oh, die haben ein bisschen Angst vor mir. So glänzendes, goldenes Fell. Kannst du das sehen? Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das aufnimmt, weil sie sehen so schön aus. Wir sind jetzt hier bei der nächsten Familie. Und hier siehst du ein paar von den Ziegen und die haben auch Kühe. Und ich glaube, er macht jetzt gleich auch einen Schwangerschaftstest für eins der Tiere. Das ist ein Brunnen. Schau mal, wie tief der runter geht. Ist das eigentlich drinking water? Kann man das trinken? Das soll Trinkwasser sein, ein Trinkwasserbrunnen hier. Schau mal, wie cool mit den großen Kokosnussbäumen. Und sie gibt uns jetzt eine kleine Führung über die Kokosnussplantage hier. Guck, das ist Lime. Das ist Lime? Ja, Lime. Oh, das sind Limetten. Schmetterlinge fliegen. So cool. So cool. Wenn du als Kind hier aufwächst, bist du auf jeden Fall sehr verbunden mit der Natur, glaube ich. Und diese Kokosnussbäume, hat sie uns erzählt, die sind alle 40, 50 Jahre alt, die du hier siehst. Und jetzt impft er nämlich hier noch einen der Hunde. Ich frage mich hier immer, ob ich inzwischen Tamil spreche, ob ich Tamil sprechen kann, weil die halt teilweise kein Englisch sprechen. Und ich kann tatsächlich bisher immer nur sagen, hallo, wie geht's dir, mir geht's gut, hast du gegessen? Ich hab gegessen und dann so ein paar Sachen, die ich manchmal höre, die er am Telefon sagt zu seinem Papa so, ja, 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 ist okay zum Beispiel oder komm jetzt oder nein und ja. Also das ist wirklich das Einzige, was ich bisher kann. You wanna show us? Oh, Babyziegen. Hi. 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 Passt auf, dass ich hier schön lieb zu seiner Ziege bin. Oh, that's what she eats. Das ist die Sabernliebe. Jetzt hat er ja bis zu essen vorbei gebracht. Ich bin hier im Ziegenhimmel gerade, Leute. Babyziege. Die ist so weich. Hi. Das ist das erste Mal, dass ich übrigens so nah an einer Ziege dran bin. Ich habe immer gedacht, sie sind beißen. Aber die machen die gar nicht. Und meine Mama hat immer gesagt, die Ziegen stinken. Aber die stinkt gar nicht. Vielleicht kann ich auch nur nichts riechen, nachdem ich so viele Male jetzt inzwischen Covid hatte. Aber du stinkst nicht. Aber du bist deine kleine, die ist die Ziege. Magst du das? Isst du das? Das ist, was sie eats. Gerade nicht. Oh, mein Armand wirst du essen. Aha. Oh, mein Brutlachs. Aber das kannst du nicht essen. Hier. How about this one? Tauschen? Und das? Der zieht hier gerade die Spritze auf. You wanna say hi? Nee. Hi, yeah, yeah. Hi. Für die nächsten Ziegen, die hier geimpft werden. Wow, tat ja gar nicht weh. Gut gemacht. Und ich weiß nicht, ob du schon mal von Amla gehört hast. Okay. Er wollte ganz dringend was sagen. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Amlas gehört hast. Aber das ist die indische Stachelbeere. Und die haben hier einen Amla-Baum im Garten. Jetzt will er mir noch seinen Ananasbaum zeigen. Der ist Peineapple. Der ist Peineapple. Pudi. Jetzt gehen wir doch da durch. Oh, das ist Peineapple. Wow, das ist die Ananas. Ich glaube, meine Mama hat auch so eine Pannse im Garten. Könnt ihr die sehen? Das wird dann die Ananas am Ende. Wir sind jetzt bei einer weiteren Familie hier zum Impfen der Ziegen. Ich habe mal ein kleines Küken. Oh ja, du willst es zu Mama, ne? So klein. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist ein neugeborenes Küken. Neues. Und Ash zeigt euch jetzt mal, was die für unterschiedliche Bäume im Garten haben. So das ist ein Guavenbaum. So in dieser Größe wird er Früchte tragen. Die hier sind Bananenbäume. Aber die sind zu klein momentan. Das ist eine Jackfruit, sehr dick und scharf. Aber wenn du sie aufschneidest, ist es gelb und süß und weich. Das ist ein Mangobaum. Kannst du die Mango sehen? Und hier ist ein Papaya Baum. Das ist ein Hybrid, weil normal sind die sehr groß. Das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild, das ist ein Bild. So das war jetzt das letzte Haus, bei dem wir heute waren und die letzten Ziegen für heute. Es ist auch mittlerweile ziemlich heiß.